Aber als er herzog, war er noch herzog. Wie ist er denn hergezogen? Nein, im Flixbus. Hat ihr den König halt nicht auch in der Garten mitgebracht? Sagen Sie mal, war Ihr Bruder gleich nicht auch mal mit einer betrunkenen Donne zusammen? Ja, mit der Frau Mistgeist. Hat ihr den König denn aber einen Tag Garten mitgebracht? Aber das hab ich doch nicht vergessen. Ich habe sogar gleich zwei Garten mitgebracht. Ich kann den, kann den. Ach so, dann tu ich die wieder weg. Wie wäre es stattdessen mit einem schönen Glas Marmelade? Ah, verstehe. Jetzt geht's vor als Eingemachte. Was soll eigentlich der ganze Käse? Die Käse? Da hab ich auch was für Sie dabei. Sie waren es an der Stadt. Ja, der hat mich verhakt. Ja, so. Ah, ist das nicht der berühmte Käse der Wahrheit? The Cheese of Churwe? Churwe. 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 Bö. 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 Bö Können Sie die Klise bitte nehmen? Ich bin aber weit gekommen. Oh mein, manchmal wird es zu viel. Ihr seht das einmal, ich mache das jeden Abend. So. Im Fernsehen werden wir es rausschneiden, aber live ist nein. So, ich beruhige mich auch gleich wieder. Das fühlt sich besser, wenn ihr mich anstellt. Das ist nicht mehr der Käse der Wahrheit, der Schafkäse aus der Truhe. Die Schafkäse aus der Truhe. Through her. Through her. 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 Vielen Dank.